So, weiter geht's mit... Is what? Und... Ja... Wir kommen hier schon... Ziemlich in Bittesolie. Aber... Wow, ihr... Okay. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Wir werden das schon irgendwie... Vor allem, wenn wir uns so gut anstellen, wie wir jetzt gerade eben. Also, ist schon nicht schlecht, wie ich das mache. Also, das ist, äh... Kann ich nur jedem empfehlen, auch so zu spielen, wie ich. Mann, 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 ey. Komme ich da rüber. Ja, ich denke mal, wir werden gleich in das Rechte Haus gehen. Es will mich beißen. Ja, das war ja klar. Das war jetzt nicht so... Schwierig. Was kriege ich? Ja, 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 ja. Ich meckere nicht, ich meckere nicht. Für jede Sache dankbar. Natürlich kommt er wieder, ne? Warum kann ich da mit ihr durch? Warum? Was soll's mir das besingen? Ach so, weil da das Miasma auch ist. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Äh... Es wird aber nicht größer, ne? Ich verstehe nicht, dass ich da auf einmal grippiere. Wie gehe ich dann damit ihr entlang? Okay. Ich glaube, das war's wichtig. Ich muss viel nachdenken. Was kann ich mir denn kaufen? Oh, kann ich mir auch kaufen. Ja, den kaufe ich mir auf jeden Fall. Das gönne ich mir mal. Ah ja. Ich verstehe. Und dann können wir wieder zusammenlaufen. Ist das nicht schön? Wieso habe ich... Wieso habe ich wieder so wenig Leben? Ach, da kommt ein Boss, ne? Scheiß die Wand an. Ich werde was kochen. Irgendeine Kleinigkeit, was nicht so viel Aufwand betreibt. Ja, das sieht doch gut aus. Das wird ein Obstsalat. Achso, ich muss... Ähm... Beere. Hm, fast. Der Versuch... Also der... Der Wille zählt, das wollte ich sagen. Oder ein Fluchtkuchen. So, ähm... Nein. Ich will mich eigentlich erst mal so aufladen. Und dann speichern wir. Ach, das wird ein Boss. Human Factory, ja super. Ja, super. Ja, das lieben wir. Das lieben wir ja so. Toll. Dann wissen wir ja, was mit New Damned City passiert. Wow, weird. Das muss die Tür öffnen, ne? John. Sam tut doch nicht so. Hey, I know you're there. So just come out now, you hear? This factory is an absolute mess. Guard and operative. Breed I've gone to who knows where. Seems I need to find another solution. Hey! And just how are we supposed to get out of here, huh? Cultivation Chamber Damage. Cultivation Chamber Damage. Specimen has escaped. Specimen has escaped. Well, this is no good. How are we gonna get out of here? Still as lively as ever, I see. Lively, lively. Lively. But have you ever thought of using your own head for once? No matter. Until next time, myself. John, looks like the door is open. John, kannst du nicht bitte jetzt schon mal, also du hast das ja schon mal miterlebt, ne, John? Und kannst du nicht gleich einfach schon mal die Leute alle wahren, dass irgendwas Schlechtes passieren wird? Na ja, ich wette, wenn ich jetzt hier reingehe, kommt ein Bossfight. Na ja, klar. Na ja, klar. Ich wette, die Leute, mach das bitte nicht so wie ich. Mein schönes Pockchop. Ich bin nicht stolz auf diesen Kampf, also damit das klar ist. Aber es hat funktioniert, ne, also, komme ich jetzt wieder am Bahnhof raus. Und ich bin noch keinmal gestorben, das ist halt auch so das geile, wo bin ich hier? Ah, ja, ja, ja. Ist das ein Roblox? Ja, klar. Ah, ja, ja, ja. Das sieht aus wie ein perfekter Job für... ...Sonic Punk. Things are about to get a little explosive around here. You two might want to back up a little bit. Farther! Farther! Okay, wir sind ziemlich weit, now. 5 4 3 Ja, das kennen wir ja schon Das war genau so über easy I did it again But look at that So wide open, it's almost begging you to come play I leave the rest of you Trust the lab assistants Den, 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 den Noch irgendwas hier I'll take it Okay Ja und natürlich geht das auch dann auf Also Naja, klar Aber ich find's gut, dass das so Willkommen ist Denn ich hätte das wahrscheinlich vergessen Dass da recht noch was gewesen ist Ah ja, genau Und hier war auch noch ne Tour Vorsicht Das hätte ich auch vergessen Ich hätte das alles vergessen hier Also Wie viele Minuten haben wir denn noch? Wir haben gar nicht so viel Zeit verplempert In diesem Part Ja, Bienchen Ganz ehrlich Ich geh einfach weiter Wir können eigentlich auch noch rechts jetzt We're back here, John Und look Das ist ein Mung Looks like they're all waiting for us Do you think those two Will make it back? Okay, no, for sure Those old ruins Miasma sure did a number on them Some of the garden stuff Might still be mucking about I I've heard stories, you know About those that go in there They turn into 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 zombies Is that true? I am aware of the mythos myself A terrifying thought But those two They are something else Something else What do you mean by that, Tater? Unsure Just a feeling Just a feeling Goddammit What is it with you robots And your feelings? Das is witzig Whether Tater's serentious intuition Is correct or not Once that sun hits the horizon Those two will be in for a very Territoral world of hurt Those two were sent by the princess Herself They sure as hell Aren't gonna let a couple scary monsters Do them in The princess Our Constitutional Monarch Monarch Connecting an agent To come with the Miasma She is Such an Incredible room And that Isabel too An aerial Sino 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 Oh there was one Why the way she writes that rocket through the sky Is nothing short of pneumatic artistry Our boss An artist in his own right Hell to the yeah I mean just look at how fast we fixed this year's subway Yeah Here they come Here they come And faster than I could have expected to The princess has the eyes of a hawk When it comes to scouting talent What's the word then my friends Have you completed your mission? Come come Everyone's waiting Let's get this party started As my way of saying thanks for the big all solid your folks did before us I'd like to welcome you on board as the first passengers of the one And only Newly restored New damn subway system Subway system But this looks just like the cracks chairman ran on Are we getting on a train again? Huh? But John don't we want to go back to new damn city? Never you feel my cotton candy sweet bean You'll get back to new damn city The fastest Most blazing Most so convenient You won't know how we live without it Way possible All aboard I will aber da noch paar Sachen anschauen Vor allem will ich mir diesen Keller anschauen Naja Ich werde wohl später noch genug Zeit haben Ich darf das nur nicht vergessen Wow, another station Are we back in new damn city? That you are miss curly crop Just clip those climbers up those stairs And you'll be back on princess avenue Ah, before I forget Take this It's a subway pass And let you ride the rates Whenever you want For free Whenever Wherever You and the subway Are meant to be together But enough of that I've got other work to do So I'm afraid This is where we part ways If you guys plan on singing around This damn city well Let's just say We'll be seeing a lot of each other tools Bleibt da Ich will Ich will mit Mitfahren Nein Okay Ich möchte eigentlich wieder Damit fahren Und zurück Egal John, we still haven't finished our mission Das war so klar Did you hear the train out of town's been fixed This is the perfect opportunity Ever insightful And knowledgeable As always, sir Do you plan on developing new tourist routes And routes I earn Yes, yes That's exactly what I was referring to But I thought first I'd wear You know Jennifer She's got her eye on One of those giant pearls From Quake Valley Need to think of a way To nap one for her Mm-hmm It's a sound Was is jetzt los Listen up Fools of new damn city I'm the harvester Solomon Your doom is at hand You think this is funny punk Get over here Unhand me you fool Haha, wie cool er ist Damn, Brett Get down here Insolent off How dare you speak to me like that Haha, witzig Stop right there Shout Shout until you're red in the face You blubbering fool In a few days You won't be able to shout at all Mwahaha You Now you're really making me angry Nothing to see your people Scrap Wer war das? Third time this week That Brett pulled the stunt I catch him I shut his mouth up For good Well, I'll be There's actually people Still willing to go up Against those damn goons Damn goons? Who's damn goon? John, what's a damn goon? Shh Keep your eyes down Those damn goons heal you There are these men Up at the coin palace Nothing but trouble Best you stay well clear Of those damn goons Okay Just support that subway It's gonna mean a big boom To my business A big boom Was mit euch? Did you hear that, my friend? The subway's been fixed Our fish stands Can finally reopen What? Well And that the pits The pits? Are you even listening to yourself? Have you already forgotten The sheer joy That comes from selling fish? Sure But it can compare To the sheer joy That comes From firing ball After ball Into the pachinko machine That stimmt Don't know much Don't know much About selling fish myself But I hear you On the pachinko Tell it brother That excitement That cold hard cash Nothing compares to pachinko Daddy will be back soon Ich will hier durch Dann nicht Also eigentlich ist ja klar was ich machen muss Aber Ich will trotzdem hier Mich weiter umschauen Scram here on the way My road bridges I haven't said that Seeing someone Show those ballies What for Should us help a guy Blow off steam Kekeke Ich gehe natürlich noch mal zum Windschrein Danke dass du auf mich aufgepasst hast Das habe ich alles gemacht Uh Neue Sachen A chicken Und nochmal Backpack expansion Für 300 Gekauft Also ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit Mit der Munition Also deswegen Weiß ich nicht Ob sich das so lohnt Keine Ahnung Können wir denn jetzt hier sein Ach ja dann nicht Wir sprechen mit allen leuten It will be a clean sweep Ja 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 Was that I swear something just dropped by on the tracks Alles Der Jazz Club auf Mehr nicht So eine coole bar Und nicht Irgendwas besonderes Oder die haben noch nicht Richtig auf Das kann natürlich auch sein Dass es noch zu früh ist Oh ich kann so viel machen Wir machen jetzt eigentlich Mit dem Flammenwerfer Na mach wieder zu Aber wir geben erstmal gleich den Slime Breeder Furnace Keine Ahnung Ab Da würde ich auch gerne hoch Aber wir gehen erstmal hier rein Du 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 Ne 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 Not necessary Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um Und gehen dann gleich speichern Wir wollen auf jeden fall mit jedem sprechen If it isn't monsieur john Pull up an ear mon mo You heard the summer was fixed Talk about a surrender Now my wife and i can go steam some buns in the hot springs And by buns i don't mean the kind you can eat Genau mein humor Well let's just say Good and cheap Jo Achso ja hier komm ich ja Okay 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 Hallo Hallo Spre ich mit mir Ja Leute Keine Ahnung Quickstock Das kostet nur neun Dings Das verstehe ich nicht Achso Er füllt das jetzt hier auf Und was ist das Könnte ich mir eigentlich auch holen Dann werde ich wieder belebt Ein upgrade for bombs Die bomben Muss ich die upgraden Ganz ehrlich Ach wisst ihr was Ich Warum spare ich das Ganz ehrlich Ich werde auf jeden fall Das hier Verbessern Hm Dafür brauche ich Diese advanced Dinger Das werde ich auch kaufen Und die bomben lasse ich jetzt erstmal Jetzt habe ich es doch getan Ich habe es getan Did you hear the subway has been fixed Finally I can dip my toes into that hot spring again Ihr seid immer noch am zocken Oh Ladies Tiamma store Has the yummiest Pudding But you guys are too late I already bought all of them Okay Ah Here to play the game machine Derry You'll find it outside If it's that nice Young men Ja Ja Warte nur gucken was du Okay Du hast immer noch das gleiche In petto Hast du was Neues zu sagen We meet again Fellow railway way first Jaja Okay Okay Das ist das gleiche Ich wollte nur sicher gehen Hm Ich könnte mir vorstellen Dass wenn ich jetzt weiter nach unten gehe Äh Mich gar nicht Oh Solomon Quiet you fools What are you doing? Ah Get away again Bumbling fools Still That was far too close For comfort What are you fools doing here? Wait Don't tell me No No It simply can't be And yet The resemblance Is uncanny You You Me Yes you Do you know who I am? Solomon God almighty Then it's true You are her What are you even talking about? You told us who you were Down in the subway Oh Yes yes of course At any rate Leave me be I have very important things to think about I like it better out here than the coin palace Got to protect new damn city's most important means of agrees Oh your closest dirt and the smell of the forest yes you've had quite the journey haven't you? Okay Wo ist der coin palace? Wahrscheinlich kann ich Ja das war klar Okay 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 Das war sowas von klar Habe ich hier irgendetwas übersehen? Ich habe immer das Gefühl dass ich irgendwas übersehen habe Da die Statue habe ich in der Gasse Da kann ich nicht entlang Da komme ich nur hier durch Okay Ich glaube ich habe alles Dann werden wir speichern What the fuck Wie bist du hier so schnell hingekommen? Titan Naja okay Gibt es was neues? Nein Okay 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 Gibt es irgendwas Gibt es irgendwas neues hier? Nein Okay 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 Dann gehen wir auf jeden Fall speichern Hier kann ich auch nichts machen ne Und so eine Mülltonne habe ich auch nicht wieder gesehen Du machst alles schön sauber Das finde ich auch gut Moment mal Moment mal Moment mal Leute Kann ich nicht da hoch? Ne ich kann da nicht hoch ne Das ist einfach nur Einfach nur Style Ja ich gehe jetzt extra diesen Weg Weil ich dann speichern kann Weil ich dann speichern kann Und dann werde ich auch Für heute schluss machen Ich würde schon gerne weiterspielen Aber Die Zeit Leute Die Zeit Und dann Ja 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 Bitte 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 Wuhh Viel geschafft Es war sehr gefährlich aber wir sind durchgekommen. Ich hoffe, es geht so weiter und dass ich immer noch irgendwie ohne Verluste die Videos durchführen kann. Aber wir werden sehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es schwieriger wird, aber bis jetzt sind wir echt gut durchgekommen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.